Ich öffne es für dich. Danke, Haze. Squad, move to that security room. Komm schon, Team! Auf es! Okay. Hör auf, du Slugs! Hey, wir sind jetzt haben wir hier noch ein paar Ressourcen gefunden. Und nochmal ein Med-Kit, das ist ganz wichtig. Unsere Jay kann aufsteigen, das ist schon mal gut. Access granted. Right now! Doors open. Go check those cameras, Marines. I have a Sunlight to build. Come on, Team! So, genau, machen wir die Tür auf, dann gucken wir mal, was da drin ist. Ich liebe es, mir Überwachungsfeeds anzuschauen. Oh, jawoll! On my way! Let's see what's inside. Ich lasse mal zwei noch zu. Ich nehme mal nur... Ich denke, wir sind spotten. Weil die Kisten sind ja... Weil die Kisten sind dann verbraucht. Ob ich will oder nicht. So, und die Sache ist halt, wenn wir dann mit unserem anderen Team nochmal hierher gehen, dann könnten wir die Kisten sehr gut gebrauchen. Ich lasse die mal. Ich muss ja nicht gleich... Wir haben noch acht Ladestreifen, das ist mehr als genug. Wenn hier drei Kisten übrig sind, ist das auch völlig in Ordnung, finde ich. Sicher, ist sicher. Okay. Gucken wir mal auf die Überwachungskameras. Als allererstes holen wir erstmal den... Den APC hier rein. Da bin ich immer ein Freund von. Ja, das klingt gut. Okay. Ja. Den Synth, alles klar. Höh! Ja, er hat einen Sicherheitspass benutzt. Er muss einen von diesen Gäste sein. Lass uns ihm eine Besuch. Alter, aber wie sah er denn aus? War richtig hässlich. Lass uns, was wir gekommen sind und rauskommen. Sie gehen unseren Weg. Ja gut, das ist da hinten. Das ist erstmal in Ordnung. Ja, okay, sie hat uns die Tür aufgemacht, finde ich jetzt in erster Linie nicht unbedingt so geil. Aber hey. Ah, das muss auch... Ja, das muss auch gehackt werden. Ja, wir brauchen auf jeden Fall unseren Spezialistenteam nochmal hier unten. So viel steht fest. Bei dem APC fühle ich mich immer richtig sicher. Es ist unsagbar, wie sicher ich mich bei dem Teil fühle. Sie gehen unseren Weg. Ah, wunderschöne Fabriklandschaft hier unten. Das ist unsagbar, wie sicher ist. Das ist unsagbar, wie sicher ist. Das ist unsagbar, wie sicher ist. Ja, ja, da wollen wir hin. Da läuft gerade ein Ding lang. Fast jeder kann eine Stufe aufsteigen. Das ist eigentlich schon mal gut. Mehr Signale kommen. Geh weiter. Eine selbe Position. Garantiert ein Alien. Der sich nicht bewegt. Ich meine, noch habe ich eine Sentry Gun dabei, die man... Äh, Eve laden mal nach, sehe ich gerade. Okay, das ist in erster Linie. Wo wäre ich von denen gewesen? Okay, das ist in erster Linie. Wo wäre ich von denen gewesen? Gehen wir erstmal hier rein. Hier haben wir nochmal Ladestreifen. Haben wir eigentlich immer noch genug. Die Tür können wir notfalls verschweißen als Safe Room nutzen. Das ist okay. Jetzt sind die gleich hier. Okay, jetzt laufen die zurück. Das heißt, wir gehen nochmal hier rein. Oh ja, auf jeden Fall mitnehmen. Auf jeden Fall mitnehmen. Stress ist noch gering, Ladestreifen haben wir genug. Eih ja, wird ganz unruhig, Leute. Oh fuck, das hat zu lange gedauert. Okay, gut. Die hätten wir ausgenockt. Ja, der sollte uns nicht sehen. Der sucht uns. Genau, der zieht sich jetzt wieder zurück. Der geht wieder auf seinen Posten, nehme ich an. Genau, sehr gut. Zieh dich. Jetzt bin ich mal gespannt. Was bist du? Ich bin. Ich bin Xena. Letzrox! Ja, ich bin nicht mit mir. Shit, I'm out! I really love this gun. Great Ascension, bring us your strength! Nicely done, Marines. Check that guard you've heard. We need that pass. Ah, burns! Burns! Move on. Hurry up, you slug! Affirmative. What's wrong? Cris chest. Are they mad enough to... ...host one of those creatures? We got that pass. You reckon it'll work with that locked elevator you mentioned earlier? Sure. If it was built by the Weyland Yutani, it should. Right. Let's head for that elevator then. Time to reach that basement. We found the prisoners, Sergeant. Good. Ask all the questions. We need more intel. Relax, guys. We're USCM. We're all safe, but I need to know what happened here. I... I think they're called the Darin era. Lunatics. They asked about our genes. We got separated. My family... They took them to their temple. Oh, God! I hope they're okay. You need to help them, please. Easy, easy. How about you? Why do they keep you here? I don't know. They took our blood and locked us in here. Told us we'll be lucky enough to meet Cassandra. Be part of her great project. Wait. What did he just say? Pretty sure I heard Cassandra, Chief. Huh. Old school name. I hope she made her parents pay for it. Keep your traps shut, Hunslet. Marines, get these civilians back to the ARC now. Right now. This is for jeden noch ein Ladestreif. Let's see what's inside. Don't move. Gonna fix you up the best I can. There. Like it didn't happen. Let's see what's inside. Okay. So, die beiden folgen uns schon. Das ist gut. Move, move. Ja, dann raus, ja. Ich exfiltriere die dann halt auch. Oder evakuiere die dann auch. Und unser Spezialteam geht dann in der nächsten Runde rein. Okay. So. So, erreiche ich den Aufzug beim nächsten Mal. Jetzt holen wir erstmal den Trupp hier raus. Ah, sehr schön. Jeder von denen kann einmal aufsteigen. Das heißt, wir haben dann wieder einen kompletten Spezialisten-Trupp. Sehr, sehr geil. Wir haben Sanitätsartikel mit rausgebracht, Werkzeuge, das automatische Schutzhidum zurückgebracht, 55 Materialien, aber keine Proben. Das ist okay. So, 59% haben wir schon erreicht. Schon? Okay, das geht fix. Es gibt ein Sekundärziel, ist Hammer. Primärziele haben wir noch vier offen. Okay. Gucken wir mal hier. Verletzt, verletzt, und alle müde. Befördern. Also noch einen Sanitäter zu haben, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, sie kriegt Zielwasser. Cole wird dich schütze da auf. Wir haben noch keinen Aufklärer. Aufklärerin Cole wird es wahrscheinlich dann. Wer hat Zugriff, Interaktion, Hacken. Uh, ja, als Aufklärer. Ja. Elana Köhler. So, neuer Sergeant. Oder noch einen Techniker. Ich meine, wir hätten hier dann den Aufklärer als Techniker, in der Hinsicht. Also nehmen wir noch einen neuen Sergeant mit. Eve. Ja, nicht mehr müde werden, ist, glaube ich, immer so, so ein Ding. Ich glaube, das, das ist das. Das ist das Ding, sage ich euch. Nicht mehr müde zu sein, ist doch geil. So, noch einen Aufklärer, noch einen Richtschütze, ist jetzt die Frage. Wir nehmen noch einen Richtschützen mit. Und der kriegt Treffsicherheit. Inventarbericht. Ein Konstrukteur gerettet, einen Arzt gerettet, das kommt uns doch sehr gelegen. Also seine Körperhaltung ist echt mies, ne? 84% der Zeit unentdeckt, das ist gut. Nur 820 Patronen verschossen. 8 Drohnen, 3 Sprinter, 18 Kultanhänger. 924 886 923 925 Vielen Dank.